...Sport, in der Gesellschaft, in der Gesellschaft und in der Ökonomie. Die Edukanzierung hat sich ein Modell der Successe. Die größere Performance war bei Ivor Molyan. Schau an! Barinov! Schau an! Das ist noch ein bisschen mit Ansage. Ich habe nicht umsonst davon gesprochen, dass defensiv nicht immer alles funktioniert bei den Spaniern. Aber ein super Abschluss von Dimitri Barinov, 1-1. Jetzt gucken wir nochmal, da warten sie alle weg. Alle ein bisschen zu weit weg von den Gegenspielern. Ist überhaupt zu viel Platz, nicht richtig rangegangen, nicht konsequent gestört. Ja, das war nicht gut von Merino. Und dann ist natürlich...